Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge Alice Madness Returns und ich muss euch leider sagen, mein PC ist abgestürzt, ihr wisst ja diese Ausrede schon genügelt, nein, meine Festplatte ist kaputt gegangen, meine SSD und ich hatte gar keinen Speicherstand mehr, was richtig scheiße war. Deshalb musste ich mir im Internet einen neuen Speicherstand runterladen, der dann leider ein komplettes, ähm, ja, sozusagen durchgespielt ist, was ziemlich schade ist, weil ich jetzt alle bösen Waffen schon habe. Was leider so ist und ich weiß jetzt nicht, ob ich die irgendwie zurückstellen kann oder sowas. Was habe ich hier noch? Was macht das? Okay, dann wird das mit dem Kämpfen halt etwas dümmer. Ich könnte natürlich auch auf, äh, schwerstellen, stätigen. Zurück. Jetzt mal gucken, kann ich die Waffen aufrüsten. Sind alle voll. Okay. Naja. Dann versuchen wir das mal so. und das bedeutet eigentlich jetzt nur noch durchlaufen, denn guck mal, da ist ein Herz mit dem Teufelsschwanz. Zeig mir meine liebe Katze. Ja, dann verschwinde mal schnell, Katze, würde ich sagen. Oh. Hallo. Was gibt es da für neue... Wie komme ich da hoch? Oh. Na? Dümmer kann es doch kaum noch gehen. Dümmer kann es doch gar nicht mehr so gut gehen. Ich hoffe jetzt zumindest, dass die Zwischensequenzen noch drinnen sind. So, wo kann ich weiter? Ach, also wenn wir da weitergehen, werden wir in den Tod wandern, sagt das Ding. Boah. Boah. Oh. Aua. Oh, scheiße. Boah. Äh, ja. Vielleicht... Keine wirklich gute Idee. Au, 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 au. Hallo. Nein. Mach doch das, was ich dir sage. Achso. Boah. Irgendwie backt das Spiel gerade. Etwas heftig. Oder liegt es daran, dass ich auch schwer gespielt habe. Aua. Hallo, ich will sie dich doch an. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich möchte fortfahren. Was? Ich habe doch gerade erst fünf Minuten gespielt. Lauf. Lauf. Ist doch richtig scheiße. Ich stelle mal wieder auf Le... Äh, nicht auf leicht, sondern auf... ...Mittel und gucke mal... Ach, ja. Natürlich, da gibt es noch die Albtraum-Schwierigkeit. Gut. Ich gucke dann, ob das dann besser ist. Mit dem... ...ganzen. Komm. Flieg. Perfekt und weiter. So, warte mal. Oh. Der ist vielleicht... Weg hier. Okay. Komm. Wir lehnen den an und... Wuhu. Und... Wuhu. Und... Aua. Aua. Hallo? Ich hab dich doch nicht... Boah. Nein. Hallo? Ich müsste den mal... Ouhu. Okay. Ich weiß jetzt, woran es liegt. Nein. Okay. Das ist natürlich jetzt einmal scheiße, aber ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Ich habe gemerkt, dass ich was falsch gemacht habe. Uh, eine Erinnerung. Das spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Okay. Scheinbar sind die Erinnerungen zum Glück auch alle erhalten geblieben. Schön. Oh. Das ist vielleicht keine gute Idee, hier runter zu laufen. Naja, zumindest habe ich noch eine Flasche aufgesandert. Ja. Hier ging es also nicht weiter. Super. Nehmen wir mal den Gang. Uh, ja. Das Pferdchen ist cool. Auch wenn es eigentlich böse gecheatet ist. Naja. Oh. Okay. Das war... Hallo. Aua So Na komm, zeig dein Gesicht Oh, war zu spät Okay Da ist das Gesicht Hallo, ich möchte nicht dich anvisieren Verdammt nochmal, kannst du nicht Hören Aua Geht doch So Weiter Abzukönigen Mal gucken, was die mit uns vorhat Äh Ich hasse dich Oh, was die mit uns vorhat Ja natürlich Ja Oh wie geil Ja Jetzt gießen kann Kann Alice mit stampfen und Schmettern angreifen Gut Türme Darf ich die Türme an Ja ok Ha 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 Stampfen ist immer cool Ich liebe das Spiel Auch wenn es jetzt Rätsel geben wird Oder Ha 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 Stampf den Turm weg Machen wir nochmal einen Stampfer Ja Und nochmal Ha 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 Das Spiel macht Spaß Komm Aua Aua Lauf mir einfach mal weiter Aua Uh Auf Es Untertitelung des ZDF, 2020